Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider 3 Part 49 Und ich hasse diesen Ton Ah, jetzt bin ich hinter Ist das eine Leiter? Yo Wo die wohl hinführt Und ich hatte schon wieder vergessen, den Timer anzumachen Und was macht das? Und den nächsten mache ich wieder mit der Panzerfaust Wenn möglich Ich werde es natürlich versuchen Oh oh, da kommt einer Und weg ist er Was hat er denn hinterlassen? Hm, ich habe ziemlich viele Medi-Packs Oh, da liegt was Das ist ein Igel-Munition Die kann ich gut gebrauchen Oh weia Speichern Wie oft habe ich in diesem Level schon gespeichert? Dreimal Ich muss aufpassen Ich muss aufpassen Den nächsten Level musste ich ja auch noch speichern können Äh, wie kommt man nochmal da raus? Ja Und hier habe ich mir einmal das Level verbaut gehabt Ich habe nämlich das Teil da vergessen Und man kann hier nicht mehr nochmal zurück Hol dir's Oh Knappe Geschichte Wann kommt der? Hier weiß es noch, einer kommt Ich weiß aber nicht, wann der kommt Deswegen würde ich sagen Kleines Medi-Pack Und welche Waffe nehme ich? Meine Uzzis Die habe ich ja kaum benutzt Und weg bist du Das sieht aus wie ein Raptor Hast du was hinterlassen? Nein Leider nicht Boah Ich mag einfach diese Teile nicht Und da wir jetzt das Teil haben, was wir wollten Was ist das überhaupt, was ich da eingesammelt habe? Ach, Anlass dafür Die Was? Die Winsch? Was soll das denn sein? Oh, Speichern ist halt oben Habe ich ja fast vergessen Ist hier drüben noch was? Nö Und es heißt, mal wieder Lohren fahren Mit dieser Lore Äh, jetzt wie genau muss ich machen? Ja, ich hab's ungefähr richtig gemacht War ich jetzt richtig? Oh ja, ich war richtig So, da ich hier bin Wird jetzt mit der mittleren Lore gefahren Und Da ist sie ja Na Möchte gucken, was da um die Ecke liegt Nichts? Gut Kann ich ja einsteigen Und ich hoffe Ich hoffe, ich mach's richtig Lara, warum? Ich hätte speichern sollen Ich hätte es tun sollen Ich hätte es tun sollen Zu sparsam mit den Speicherstellen Sollte man auch nicht sein Und ich war ja etwas zu penibel Rein da Sammel es ein, Lara Raus da, Lara Habe ich's eingesammelt auch Nicht, dass ich's Vergesse Ja Kamerafahrt Dich kann ich jetzt gebrauchen Nichts Und wieder die Ozzis Und ein kleines Medipack Stierb Und weg bist du Jetzt bist du tot Tot Töter am totesten Was sollen das eigentlich für Viecher sein? Nur bis gleich Das sind ja mutierte Man merkt ja Dieser eine war ja ziemlich Experimentierfreudig Meiner Meinung nach Hat das übertrieben Dieser Psychopath Man sollte nicht um jedes Preis Forschung betreiben Nicht zu jedem Preis So Diese Laura Ist ja einfach Ja Teleporter An die Seite Ja Bremsen 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 Und hier bin ich ja richtig Ich darf da am keinen Fall Umwählen Und raus hier Lara Die nächste Laura Wartet auf dich Und zwar da Um die Ecke So Speichern Hier sollte man auf jeden Fall Speichern So So Ich weiß auf jeden Fall Dass ich nicht zu viel Bremsen darf Das ist schon mal gut Das ist schon mal gut Ja Was Was Ach so diese Stelle ist das Diese scheiß Stelle An der erinnere ich mich An der erinnere ich mich wirklich Weil Atlantis ist eines der Kapitel Die ich am wenigsten gespielt habe Oder besser gesagt Fast nie Denn da hatte ich ja immer noch die alte Version Und die konnte nur bis Nevada Okay Ja geschafft Ja 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 Umlegen Oh Müssen die einen so erschrecken Speicherkristall Oh ja Speichern Weil jetzt kommt eine Sehr Schmerzhafte Stelle Und ich würde sagen Hier beende ich den Part Und das war Let's Play Tomb Raider 3 Part 49 Und Bis zum nächsten Part Alles ays Part das